hier sind ein paar häuser wir haben wir glück und finden hier irgendwo ein engelshaut ring also hier schon mal verschlossen du bist nur ein kerl wer ist hier oben eine frau okay das ist abgeschlossen abgeschlossene sachen sollten wir nicht knacken solange da jemand rumwuselt und wir wollen nur einen engelshaut ring denn ich verschwinde jetzt gut gut da ist schon mal nichts drin haben wir jetzt hier wer wird hier ein mann und eine frau noch eine frau eine bürgerliche was wünscht ihr was wünscht ihr eigentlich nichts eigentlich will ich ich kann euch zwei behaupten nicht aber hinauszuwerfen fällt mir auch schwer in diesen dunklen zeiten die man etwas auf die straße was wünscht ihr das ist aber nett von dir das wünscht ihr gold und wurf denn ich verschwinde jetzt ja beinahe unter meiner würde ein engelshaut ring da müsste ich bei dem gemischt waren händler noch mal nachgucken bei jedem anderen händler die mich so ringe verkauft habe ob ich da einen zurückkaufen kann oder ob ich irgendwo einen finde was wollt ihr ich habe genug davon soviel zum thema wegfindung das sieht teilweise herrnlich aus dass sie da veranstalten ein kleines mädchen ich habe meine püppi verloren ich habe die ganze woche mit papa verbracht scheint dass das reisen nicht mehr so sicher ist es macht keinen spaß mit ihm zu spielen ok ein kleines mädchen was nicht mit ihrem papa spielen will da ist auch kein engels vträgen drin ich habe genug davon und ja ihm versucht einen engelshaut ring für die eine wache zu finden denn immerhin hat ein gutes herz und der soll seiner verlobten was ordentliches schenken aber abgeschlossen so ein magischer dolch gut wenn sie ihren papa so durch findet dann können wir um es ihm heim zu zahlen sein dolch mitnehmen ich habe genug davon so den kannst du mal identifizieren ist ein dolch plus eins kommt zu minsk so was wollt ihr nichts leichter als das das heißt ah ja da oben oben können wir noch hier ist die mauer im weg und da dürfte dann auch nichts mehr sein höchstens wir können in das haus noch irgendwie rein sieht aber nach einem ziemlich großen haus aus und scheinen nichts als ob wir da rein können nein wir können bloß auch über den kartenrand verschwinden ok gut soweit was heißt wir nehmen jetzt die große treppe in angriff und wissen können wir mal kurz gucken kann immer wieder das schwert in die hand schleuderkugel muss ich daran denken dass ich bei dünner hier war ja hier für dünner hier noch welche gepachtet habe wir können in den oberen bezirk von baldos tor also der ist noch mal ich glaube das sind drei gebiete die wir da noch nicht abgegrast haben und die oberen beiden gebiete hier und hier und wir müssen uns bei nacht auch irgendwann mal mit dem einen diebschen treffen ja wer fehlt ach kann ich nicht zu fassen es müsste ein gesetz geben dass die straßen von lüsternen alten männern wie rage fast warum beschäftigt das gefühl dass ich mich darauf wirklich einlassen sollte beruhigt euch lüstern was wie wer rage fast oder bringt mich zur weißglut er ist ein machtbesessener magie und was macht er er verschafft sich seine eigenen nymphen versklavt sie in seinem quartier wenn das gefühlschlose scheussahle und ich persönlich wünschte die welt wäre sie los die hälfte okay ich habe nur zwei männer in der gruppe also ein drittel meiner gruppe sind männer wenn die melde ohne männer wäre würden wir dann als art überleben meine güte ist es ja schrecklich ich werde ihn sofort ausführlich waren diese sache nachgehen ja gut es gibt noch ehre auf dieser welt sein haus ist im nordosten der stadt ich wünsche euch für eure aufgabe glück und die ganze leidenschaft meines torts also nordosten eine frau namens vaterteid im hütters rage fast der magie in seinem haus im nordosten der stadt eine dünnfalls klar findet ich werde in aufsuche und mir anhören was er dazu zu sagen hat aber sei versichert dass ich in dieser angelegenheit im zweifelsfall nicht zu seinen gunsten entscheiden werde also nordosten wäre hier eigentlich irgendwo ich sag's nicht zweimal davon sachen kennen wir dich nicht na doch du bist der mit da muss ja sie wie eine picke halbzeit nicht die selbe die kürze indische stadt her eingetroffen sind ja das wären wir seit ihr also seit ihr ist ne halt sachenster seid ihr ist die die tote der kleinschaft von jüngern am rande des wandelweils zu verantworten haben ja das war das war der eine jäger der gegen die druiden da mich angepöbelt hat ich gestehe die tat aber will erklären was passiert ist hatte sie mich anzunehmen ihr habt mein bruder aldev umgebracht und dafür werdet ihr jetzt bezahlen ich will ja nichts sagen aber ich habe das gefühl du kannst nichts war es nur eine super schwere armbrust das ist eine armbrust plus eins nein das ist nicht identifizierte armbrust scharfschützen armbrust die scharfschützen armbrust die führung anbrüste dieser art waren die beliebteste belagerungswaffe vom könig schastier longweave und dienen der systematischen besättigung von verteidigungskräften die sich hinter den burgmauern sicher fühlen nur wenig dieser waffen sind bis heute erhalten geblieben was hauptsächlich daran liegt dass die armee des kriegs schließlich durch eine allianz der unterjochten länder ausgelöscht wurden ok eine super armbrust die immerhin leider nicht benutzen kann weil es eine schwere armbrust ist also talisa kann ja auch nicht benutzen kann ich könnte sie als krieger benutzen aber nähe und du kannst sie auch nicht benutzen ok dann kommt sie weg gut wir sind gerade eben dem bruder von dem jäger losgeworden dachte zuerst das ist der eine typ der uns in der stadt statt empfangen hätte der söldner vom eisen thron ok da lang könnten wir gehen hier hocken bürgerliche rum du bist eine adelige oder eine edelfrau das hier sieht aus wie die ecke eines tempels bürgerliche hier wäre eine tür und hier bin ich auch schon am nördlichen ende angekommen ich bin ganz ohr ja ich hab genug davon hallo leute bin ganz ohr so ja hier leben leute drin beziehungsweise hier sind leute drin hier oben ist jedoch niemand also können wir uns hier in ruhe umschauen ein heldentrank ein heldentrank ist gut aber so ein ring wäre auch nicht schlecht so dann gehen wir mal wieder heldentrank zu ihr hat jetzt schon fünf stück die sie noch nicht benutzen kann weil immer noch fast über 13.000 erfahrungspunkte fehlen weil wir nähern uns wir nähern uns schon mal sehr gut so von hier aus sehe ich leider nichts geflügelfachgeschäft was haben wir hier drin den hühner wahnsinn ja tollwütige hühner wir beide hier hört mal auf wir töten hier gerade hühnchen dann schauen wir uns hier um geflügelfachgeschäft aber hier gibt es wirklich nix nicht leichter als das ein super gag nichts leichter als das diese ewige quälerei irgendwo ist Ruhe nie mehr Pause sich umgubelte manieren das keinem fast den appetit verderben fast okay eine seltsame frau rippeln begegnet wenn wir hier lang gehen naja da können wir den oberen teil freischalten ich würde aber mal sagen wir gucken uns erst die teile an wo wir schon waren aber nicht alles aufdecken konnten und wie sich diese gruppe entwickelt gefällt mir nicht ein besserer anführer könnte vielleicht helfen bürgerlicher ein händler so wie der aussieht also ja die scheinen hier irgendwelches geschmeidelt zu verkaufen oh das kommt einem kommt uns noch bekannt vor das sieht so ähnlich aus wie der tempel in kerzenburg nur mit einem dach okay aber nee hat dieses hause einen eingang ja hat es hier und das sieht wieder nach einem wichtigen haus aus klammer du bist ein bürgerlicher oder hast du also du bist ein typ mit einem du bist ein diener also ist das hier ein äh nein das wollte ich nicht ich darf nicht mal in das regal gucken ähm äh äh